Die Nasenkorrekte ohne OP wieder bei einer hübschen Dame, die schon öfter bei uns war, aber nicht bezüglich der Nase. Auch die Freundin war bei uns und hat sich die Nase behandeln lassen und daher kennt sie das, wie das Ergebnis auch sein wird. Und die Nase wird auf die natürlichste Art behandelt, sodass die halt am Ende einen sehr schönen und attraktiven Blick hat. Und man sieht hier, wie der Unterschied ist und es ist wunderbar faszinierend, wenn man so eine schöne Nase wieder sieht.